Der Narr liest Die Drei Giebel Ein Sherlock-Holmes-Kriminalabenteuer von Sir Arthur Conan Doyle Ich glaube, keines meiner Abenteuer mit Sherlock Holmes begann so abrupt und dramatisch wie jenes, das sich für mich an die Drei Giebel knüpft. Ich hatte Holmes seit einigen Tagen nicht gesehen und wusste nicht, in welche neuen Bahnen seine Aktivitäten unterdessen gelenkt worden waren. An jenem Morgen war er jedoch in Plauderlaune und hatte mir eben den abgewetzten tiefen Sessel neben dem Kamin angewiesen, dieweil er sich mit der Pfeife im Mund in den Stuhl gegenüber schmiegte, als unser Besucher erschien. Hätte ich statt Besucher rasender Stier gesagt, so würde das einen deutlicheren Eindruck des Ereignisses vermitteln. Die Tür war aufgeflogen und hereinstürzte ein riesiger Schwarzer. Wäre er nicht so furchterregend gewesen, so hätte er eine komische Figur abgegeben, denn er trug einen überaus knalligen, grau karierten Anzug mit einer wallenden, lachsfarbenen Krawatte. Sein breites Gesicht mit der abgeplatteten Nase schob sich vor, während die düsteren Augen, in denen es feindselig schwelte, zwischen uns hin- und herschweiften. »Wer von den Genellmen ist Master Holmes?«, fragte er. Holmes hob mattlächelnd die Pfeife in die Höhe. »Ah, Sie sind das ja?«, sagte unser Besucher, wobei er ungemütlich schleichenden Schrittes die Tischkante umrundete. »Hören Sie, Master Holmes, Sie halten sich raus aus Angelegenheiten von anderen Leuten. Lassen Leute ihre Sache selbst erledigen, kapiert, Master Holmes?« »Sprechen Sie weiter,« sagte Holmes, »das klingt gut.« »Oh, klingt gut, ja?«, knurrte der Wilde. »Klingt nicht mehr so verdammt gut, wenn Sie ein bisserl vertrimmen muss. Ich habe schon früher mit Leuten wie Sie zu tun gehabt, und die haben nicht so gut ausgesehen, wie ich mit Ihnen fertig war. Da sehen Sie her, Master Holmes.« Er schwang einen riesigen, knorrigen Klumpen von einer Faust unter die Nase meines Freundes. Holmes betrachtete sie eingehend mit höchst interessierter Miene. »Ist die angeboren?«, fragte er, »oder ist die erst allmählich so geworden?« Ob es mit der eisigen Gelassenheit meines Freundes zusammenhing oder mit dem leisen Geklapper, das ich verursachte, als ich den Schürhaken zur Hand nahm, die Hitzigkeit unseres Besuchers mäßigte sich jedenfalls. »Also, ich habe Sie rechtzeitig gewarnt,«, sagte er. »Ich habe einen Freund, der ist interessiert von wegen Harrow. Sie wissen, was ich meine. Und der will keine Einmische von Ihnen, nicht kapiert? Sie sind nicht das Gesetz, und ich bin nicht das Gesetz. Wenn Sie in die Nase reinstecken, dann bin ich auch zur Stelle. Vergessen Sie das nicht.« »Ich wollte Sie schon lange einmal kennenlernen,«, sagte Holmes. »Ich kann Sie nicht bitten, Platz zu nehmen, weil mir Ihr Geruch missfällt, aber Sie sind nicht Steve Dixie, der Schläger.« »Das ist mein Name, und den kriegen Sie sicherlich eingebläut, wenn Sie eine Lippe riskieren.« »Was Lippen betrifft, kann sich bestimmt keiner mit Ihnen messen,«, sagte Holmes. Er starrte auf den abscheulichen Mund unseres Besuchers. »Aber da wäre noch die Ermordung des jungen Perkins von der Holborn Bar. Was? Sie wollen doch nicht etwa schon wieder gehen?« Der Schwarze hatte einen Satz nach hinten gemacht, und sein Gesicht war bleigrau. »Sein Geschwätz will ich nicht hören,«, sagte er. »Was habe ich zu tun mit diesem Perkins, Mother Holmes? Ich habe doch gerade am Bullring in Birmingham trainiert, als dieser Junge in Schlamassel gekommen ist.« »Ja, davon können Sie dann dem Richter erzählen, Steve,« sagte Holmes. »Ich habe Sie und Barney Stockdale schon eine Weile im Auge.« »So wahr mir Gott helfe, Mother Holmes!« »Das reicht jetzt. Lassen Sie die Finger davon. Ich hole Sie mir schon, wenn ich Sie brauche.« »Guten Morgen, Mother Holmes. Sie nehmen doch hoffentlich meinen Besuch nicht krumm?« »Doch.« »Es sei denn, Sie verraten mir, wer Sie geschickt hat.« »Oh, das ist kein Geheimnis nicht, Mother Holmes. Das war der Gentleman, den Sie gerade erwähnt haben.« »Und wer hat ihm den Auftrag dazu erteilt?« »Heiß Gott! Ich weiß nicht, Mother Holmes. Er hat nur gesagt, Steve, geh du zu Mother Holmes, richte ihm aus. Er ist sein Leben nicht mehr sicher, wenn er in die Gegend von Harrow kommt. Das ist die ganze Wahrheit.« Ohne irgendeine weitere Frage abzuwarten, sauste unser Besucher aus dem Zimmer, ebenso überstürzt, wie er gekommen war. Leise kichernd klopfte Holmes die Asche aus seiner Pfeife. »Ich bin froh, dass Sie nicht gezwungen waren, ihm den wolligen Schädel einzuschlagen, Watson. Ich habe Ihr Manöver mit dem Schürhaken bemerkt. Aber eigentlich ist er ein ziemlich harmloser Bursche, ein großes, muskulöses, törichtes, polterndes Baby und leicht ins Boxhorn zu jagen, wie Sie gesehen haben. Er gehört zur Spencer-John-Bande und war unlängst an einer schmutzigen Sache beteiligt, die ich noch aufklären könnte, falls ich mal Zeit habe. Sein unmittelbarer Chef Barney ist etwas gewitzter. Ihre Spezialität sind Überfälle, Einschüchterungen und dergleichen. Was ich freilich wissen möchte, ist, wer ist diesmal der Hintermann? »Aber warum wollen die Leute denn Sie einschüchtern? Es geht um diesen Harrow-Wield-Fall. Der Vorfall veranlasst mich, der Sache auf den Grund zu gehen. Denn wenn sich jemand der Mühe unterzieht, davon so viel Aufhebens zu machen, dann muss was dran sein. Aber worum handelt es sich?« Ich war just im Begriff, Ihnen das zu erzählen, als ich dieses possierliche Intermezzo ereignete. »Hier ist der Brief von Mrs. Mabley. Wenn Sie Lust haben, mich zu begleiten, geben wir ihr telegrafisch Nachricht und brechen sofort auf.« »Lieber Mr. Sherlock Holmes«, las ich, »bei mir hat sich im Zusammenhang mit diesem Haus eine Reihe seltsamer Vorfälle ereignet, und ich würde großen Wert auf Ihren Rat legen. Sie können mich morgen zu jeder beliebigen Zeit zu Hause antreffen. Das Haus liegt nur eine kurze Wegstrecke von der Wheel Station entfernt. Ich glaube, mein seliger Gatte Mortimer Mabley war einer Ihrer früheren Klienten, Ihre sehr ergebene Mary Mabley.« Die Adresse lautete »Die Drei-Giebel Harrow-Wield.« »So, das wär's«, sagte Holmes, »und nun wollen wir uns, wenn Sie Zeit haben, Watson, auf den Weg machen.« Eine kurze Eisenbahn und eine noch kürzere Wagenfahrt brachten uns zu dem Holz- und Backsteinlandhaus. Das dazugehörige Grundstück bestand aus brachliegendem Weideland. Drei schmale Vorsprünge über den oberen Fenstern stellten einen schwachen Versuch dar, seinen Namen zu rechtfertigen. Dahinter befand sich eine Gruppe melancholischer, halb erwachsener Kiefern. Das Ganze wirkte armselig und deprimierend. Nichtsdestoweniger fanden wir das Haus wohl eingerichtet vor, und die Lady, die uns in Empfang nahm, war eine äußerst einnehmende, ältere Person mit allen Anzeichen von Bildung und Kultur. »Ich kann mich an Ihren Gatten gut erinnern, Madame«, sagte Holmes, »obwohl es schon einige Jahre her ist, dass er meine Dienste wegen einer Kleinigkeit in Anspruch nahm. »Vermutlich sagt Ihnen der Name meines Sohnes, Douglas, mehr.« Holmes sah sie mit großem Interesse an. »Meine Güte, sind Sie etwa die Mutter von Douglas, Mabley? Ich kannte ihn zwar nur flüchtig, aber er war ja ohnehin in ganz London bekannt. Was für ein großartiger Mensch! Wo hält er sich denn inzwischen auf?« »Er ist tot, Mr. Holmes, er ist tot. Er war Attaché in Rom und ist dort letzten Monat an Lungenentzündung gestorben.« »Das tut mir leid. In Verbindung mit einem solchen Mann kann man sich den Tod gar nicht vorstellen. Noch nie habe ich jemanden kennengelernt, der so sprühte vor Lebenslust. Er lebte intensiv, mit jeder Faser seines Wesens.« »So intensiv, Mr. Holmes, und das war sein Verderben. Sie erinnern sich daran, wie er war, strahlend und liebenswert, haben das schwermütige, verdrießliche, vor sich hin brütende Geschöpf nicht mehr erlebt, zu dem er sich entwickelte. Sein Herz war gebrochen. Mir war, als hätte sich mein prächtiger Junge in einem einzigen Monat zu einem ausgelaugten und zynischen Menschen verwandelt. »Eine Liebesaffäre, eine Frau?« »Oder eine Teufelin. Nun ja, ich habe Sie nicht hierher gebeten, um von meinem armen Junge zu reden, Mr. Holmes.« Dr. Watson und ich stehen zu Ihrer Verfügung. »Es haben sich einige sehr seltsame Dinge ereignet. Ich wohne nun schon seit über einem Jahr in diesem Haus, und da ich ein zurückgezogenes Leben führen wollte, habe ich meine Nachbarn bislang nur selten zu Gesicht bekommen. Vor drei Tagen rief mich ein Mann an, der sich als Häusermakler ausgab. Er sagte, dass dieses Haus genau den Wünschen eines seiner Klienten entspreche und dass, falls ich verkaufen wolle, Geld keine Rolle spiele. Das kam mir sehr merkwürdig vor, weil mehrere leerstehende Häuser auf dem Markt sind, die wahrscheinlich ebenso geeignet wären, aber was er sagte, hat mich natürlich interessiert. Ich nannte daher einen Preis, der 500 Pfund über dem lag, den ich selbst bezahlt hatte. Er nahm sofort an, fügte jedoch hinzu, dass sein Klient auch das Mobilar zu kaufen wünsche, ich möge den Preis entsprechend erhöhen. Einige dieser Möbel stammen noch aus meiner alten Wohnung, und sie sind, wie Sie sehen, in sehr gutem Zustand, sodass ich eine hübsche, runde Summe nannte. Auch in diese willigte er sofort ein. Ich hatte schon immer den Wunsch zu reisen, und das Angebot war derartig günstig, dass es wirklich so aussah, als könnte ich für den Rest meines Lebens mein eigener Herr sein. Gestern traf der Mann mit dem schon vollständig aufgesetzten Vertrag ein, und glücklicherweise habe ich ihn Mr. Sutrow gezeigt, meinem in Harrow wohnenden Rechtsanwalt. Er sagte mir, »Das ist ein sehr sonderbares Dokument. Ist Ihnen bewusst, dass Sie, wenn Sie das Unterschreiben von Rechts wegen, überhaupt nichts aus dem Haus mitnehmen dürfen? Nicht einmal Ihren privaten Besitz?« Als der Mann abends wiederkam, habe ich ihn auf diesen Punkt aufmerksam gemacht und betont, dass ich lediglich das Mobilar zu verkaufen beabsichtige. »Nein, nein, alles,« sagte er, »aber meine Kleidung, mein Schmuck, nun ja, nun ja, was Ihre persönliche Habe angeht, so lassen sich da vielleicht ein paar Zugeständnisse machen, aber nichts darf ohne Kontrolle das Haus verlassen. Mein Klient ist zwar sehr großzügig, aber er hat seine Launen und Eigenheiten, bei ihm heißt es alles oder nichts. »Dann muss es heißen, nichts«, sagte ich, »und dabei wurde es belassen. Doch das Ganze kam mir so ungewöhnlich vor, dass ich dachte...« Da ereignete sich eine sehr merkwürdige Störung. Holmes hob um Ruhe bittend die Hand. Dann durchquerte er mit langen Schritten den Raum, riss die Tür auf und zog eine große, hagere Frau, die er an der Schulter gepackt hielt, ihrem Sträuben zum Trotz ins Zimmer, wie ein riesiges, unbeholfenes Huhn, das zeternd aus seinem Stall gezerrt wird. »Lassen Sie mich los, was fällt Ihnen ein?«, kreischte sie. »Dannu, Susan, was hat das zu bedeuten?« »Na ja, Mem, ich wollte gerade reinkommen und fragen, ob Ihr Besuch zum Mittagessen bleibt. Da springt dieser Herr da heraus und fällt über mich her.« Ich habe Sie bereits die letzten fünf Minuten über gehört, wollte aber Ihren höchst interessanten Bericht nicht unterbrechen. »Wohl ein bisschen asthmatisch, Susan, wie? Sie atmen zu schwer für diese Art von Arbeit.« Susan wandte ihrem Fänger ein mürrisches, doch erstauntes Gesicht zu. »Wer sind Sie überhaupt? Und was für ein Recht haben Sie, mich so rumzuzerren?« Es geschah nur aus dem Wunsch heraus, in Ihrem Beisein eine Frage zu stellen. »Haben Sie Mrs. Mabberley irgendjemandem gegenüber erwähnt, dass Sie beabsichtigen, mir zu schreiben und mich zu konsultieren?« »Nein, Mr. Holmes.« »Wer hat Ihren Brief aufgegeben?« »Susan.« »Na bitte, also, Susan. Wem haben Sie denn nun geschrieben oder eine Nachricht zukommen lassen, dass Ihre Herrin mich um Rat fragen will?« »Das ist gelogen. Ich habe niemand eine Nachricht zukommen lassen.« »Aber, aber, Susan. Asthmatiker leben gewöhnlich nicht lange, wie Sie wissen. Flunkern ist eine schlimme Sache. Wem haben Sie es verraten?« »Susan«, rief Ihre Herrin, »mir scheint, Sie sind ein falsches, treuloses Frauenzimmer. Jetzt erinnere ich mich, dass ich gesehen habe, wie Sie mit jemandem über die Hecke hinweg gesprochen haben. Das geht nur mich was an«, sagte die Frau trotzig. »Und wenn ich Ihnen sage, dass es Barney Stockdale war, mit dem Sie gesprochen haben?«, fragte Holmes. »Da fänden Sie es schon wissen. Was fragen Sie denn noch danach?« »Ich war mir nicht ganz sicher. Aber nun weiß ich's. Als dann, Susan, es soll mir zehn Pfund wert sein, wenn Sie mir verraten, wer Barneys Hintermann ist.« »Jemand, der für jede Zehn-Pfund-Note, die Sie haben, tausend Pfund hinblättern kann.« »So ein reicher Mann.« »Nein, Sie lächeln, eine reiche Frau. Nun, da wir schon so weit gedient sind, können Sie ebenso gut den Namen angeben und sich den Zehner verdienen.« »Den Teufel werde ich tun.« »Oh, Susan, was für eine Ausdrucksweise! Ich hau jetzt hier ab, ich hab die Nase voll von Ihnen allen. Morgen lass ich meine Koffer holen.« Sie warf sich herum und stürmte zur Tür. »Goodbye, Susan. Kampfer ist ein bewährtes Mittel.« »Tja«, fuhr er fort, wobei sich seine Heiterkeit, sobald sich die Tür hinter der wutentbrannten Frau geschlossen hatte, unversehens in Bedenklichkeit verwandelte. »Dieser Bande scheint es ernst. Schauen Sie doch einmal, wie dicht die Leute dranbleiben. Ihr Brief an mich trägt den Poststempel von zehn Uhr abends.« »Dennoch leitet Susan die Nachricht an Barney weiter. Barney hat Zeit, seinen Auftraggeber aufzusuchen und Instruktionen entgegenzunehmen.« »Ich neige zu letzterem, weil Susan grinste, als sie glaubte, ich hätte einen Schnitzer gemacht. Entwirft einen Plan. Black Steve wird eingeschaltet, und ich werde am nächsten Morgen aufgefordert, mich aus der Sache herauszuhalten. Sehen Sie, das nennt man rasche Arbeit.« »Aber was wollen die Leute denn?« »Ja, das ist die Frage. Wem hat das Haus vor Ihnen gehört?« »Einem Schiffskapitän im Ruhestand, namens Ferguson.« »War irgendetwas Ungewöhnliches an ihm?« »Licht, dass ich wüsste.« »Ich war gerade am Überlegen, ob er vielleicht etwas verborgen haben könnte. Gewiß, wenn Leute heutzutage einen Schatz verbergen, dann tun sie das bei der Postbanke. Aber ein paar Verrückte gibt es immer. Ohne sie wäre die Welt ja auch langweilig. Mein erster Gedanke war der an versteckte Wertsachen. Doch warum sollten die Leute dann ihre Möbel haben wollen? Sie besitzen nicht zufällig einen Raphael oder eine Erstausgabe von Shakespeare, ohne es zu wissen.« »Nein, ich glaube nicht, dass ich etwas Selteneres als ein Crown Derby Tee-Service besitze.« »Das würde all diese Geheimnisgräberei wohl kaum rechtfertigen. Außerdem, warum sollten die Leute dann nicht ganz offen erklären, was sie wollen?« »Wenn sie es auf ihr Tee-Service abgesehen haben, können sie dafür mit Sicherheit einen Preis vorschlagen, ohne ihnen gleich das Haus unter dem Dach wegzukaufen.« »Nein, wie ich die Sache lese, gibt es etwas, wovon sie nicht wissen, dass sie es besitzen, und dass sie nicht hergeben würden, wenn sie es wüssten.« »So lese ich das auch,« sagte ich. »Dr. Watson teilt meine Ansicht, womit wir diesen Punkt abhaken können.« »Gut, Mr. Holmes, aber worum kann es sich denn handeln?« »Wir wollen einmal sehen, ob diese rein theoretische Analyse schon ausreicht, um die Sache einzugrenzen. Sie wohnen seit einem Jahr in diesem Haus.« »Fast zwei.« »Umso besser. Während dieses langen Zeitraums möchte kein Mensch irgendetwas von Ihnen. Jetzt plötzlich innerhalb von drei oder vier Tagen tritt man mit dringenden Forderungen an sie heran.« »Was würden Sie daraus schließen?« »Das kann nur bedeuten,« sagte ich, »dass das Objekt, was immer es sein mag, erst vor kurzem ins Haus gelangt ist.« »Das können wir dann auch abhaken,« sagte Holmes. »Nun, Mrs. Mebley, ist kürzlich irgendein Objekt angekommen?« »Nein, ich habe mir in diesem Jahr noch nichts Neues zugelegt.« »Aha, das ist höchst bemerkenswert. Tja, ich glaube, es ist am besten, wenn wir die Dinge sich noch ein bisschen weiterentwickeln lassen, bis wir über klarere Daten verfügen. Ist denn dieser Ihr Rechtsanwalt tüchtig?« »Mr. Sutro ist überhaustüchtig.« »Haben Sie noch eine Hausangestellte oder war die reizende Susan, die eben die Haustür zugeknallt hat, alleine bei Ihnen?« »Ich habe noch eine junge Zofe.« »Versuchen Sie, Sutro dazu zu bringen, ein- oder zweimal hier im Haus zu übernachten. Sie werden möglicherweise Schutz brauchen.« »Gegen wen denn?« »Wer weiß. Die Angelegenheit ist zweifellos undurchsichtig. Wenn ich nicht herausfinden kann, hinter was die Leute her sind, muss ich die Sache von der anderen Seite angehen und versuchen, an den Auftraggeber heranzukommen, hat dieser Häusermakler eine Adresse hinterlassen.« »Nur seine Karte mit der Berufsangabe. Haynes Johnson, Auktionator und Taxator.« »Ich glaube nicht, dass wir ihn im Adressbuch finden. Ehrenwerte Geschäftsleute machen aus der Anschrift Ihres Geschäftssitzes kein Geheimnis.« »Gut. Lassen Sie mich jedenfalls jede neue Entwicklung der Ereignisse wissen. Ich habe mich nun Ihres Falles angenommen, und Sie können sich darauf verlassen, dass ich der Sache auf den Grund kommen werde.« Als wir die Halle durchquerten, fiel Holmes' Blick, dem nichts entging, auf verschiedene Koffer und Kisten, die sich in der Ecke stapelten. Die Gepäckaufkleber waren deutlich zu erkennen. »Milano, Luzern, die kommen aus Italien.« »Das sind die Sachen von meinem armen Douglas.« »Sie haben noch nichts ausgepackt? Wie lange sind die Sachen denn schon hier?« »Sie sind letzte Woche angekommen.« »Aber Sie sagten doch.« »Ja, natürlich. Das dürfte das fehlende Glied sein. Woher wissen wir denn, ob sich darin nicht etwas Wertvolles befindet?« »Ausgeschlossen, Mr. Holmes. Der arme Douglas hatte ja nur sein Gehalt und eine kleine Jahresrente. Was konnte er schon Wertvolles besitzen?« Holmes war Gedanken verloren. »Verschieben Sie es nicht länger, Mrs. Mabbley«, sagte er schließlich. »Lassen Sie diese Gepäckstücke ins Schlafzimmer heraufbringen. Überprüfen Sie sie so bald wie möglich und stellen Sie fest, was Sie enthalten. Ich werde morgen wiederkommen und hören, was Sie zu berichten haben.« Ganz offensichtlich wurden die drei Giebel sehr streng überwacht, denn als wir am Wegende die hohe Hecke umrundeten, stand dort im Schatten der schwarze Preisboxer. Wir stießen ganz unvermutet auf ihn, und an dieser einsamen Stätte wirkte er wie eine grimme und dräuende Statue. Holmes steckte die Hand in die Tasche. »Suchen Sie Ihre Pistole, Mr. Holmes?« »Nein, nur mein Riechfläschchen, Steve. Sehr komisch, Mr. Holmes, hä?« »Es wird Ihnen nicht mehr so komisch vorkommen, Steve, wenn ich Sie mir erst einmal vorknöpfe. Ich habe Sie heute Morgen schon vorgewarnt.« »Na ja, Mr. Holmes, ich habe überdenkt, was Sie gesagt haben, und ich will kein Geschwätz nicht mehr über die Sache mit Mr. Perkins. Wenn ich was helfen kann, Mr. Holmes, dann tue ich's.« »Na gut, dann verraten Sie mir doch mal, wer bei diesem Job hinter Ihnen steht.« »So wahr mir Gott helfe, Mr. Holmes, ich habe Ihnen die Wahrheit gesagt, ich weiß nicht. Mein Boss Barney gibt mir die Befehle, und das ist alles.« »Schön. Aber merken Sie sich, Steve, die Lady in diesem Haus und alles, was sich unter seinem Dach befindet, stehen unter meinem persönlichen Schutz. Vergessen Sie das nicht.« »In Ordnung, Mr. Holmes, ich denk dran.« »Ich habe ihm einen tüchtigen Schrecken eingejagt, Watson,« bemerkte Holmes, als wir weitergingen. »Ich glaube, wenn er wüsste, wer sein Auftraggeber ist, würde er jetzt ein Doppelspiel treiben.« »Ein Glück, dass ich mich in der Spencer-John-Bande ein wenig auskenne und dass Steve dazu gehört. Nun denn, Watson, das ist ein Fall für Langdale Pike, und ich beabsichtige ihn, gleich aufzusuchen. Wenn ich zurückkomme, werde ich vermutlich klarer sehen.« Für den Rest des Tages bekam ich Holmes nicht mehr zu Gesicht, doch ich konnte mir gut vorstellen, wie er ihn verbrachte, denn Langdale Pike war sein lebendes Nachschlagewerk für alles, was mit gesellschaftlichem Skandal zu tun hatte. Dieses sonderbare, schlaffe Wesen hielt sich von früh bis spät im Erker eines Clubs in der St. James Street auf. Er war sowohl Empfangsstation als auch Übermittler jedweden Klatsches aus der Metropole. Wie es hieß, erhielt er für die Artikel, mit denen er allwöchentlich die Schundblätter für ein neugieriges Publikum belieferte, ein vierstelliges Honorar. Wann immer weit unten in den trübsten Tiefen des Londoner Lebens ein seltsamer Wirbel oder Strudel entstand, mit mechanischer Exaktheit wurde er auf der Oberfläche von diesem menschlichen Registrierapparat erfasst. Holmes verhalf Langdale diskret zu Informationen und nahm dafür seinerseits gelegentlich dessen Hilfe in Anspruch. Als ich meinen Freund am frühen Morgen des nächsten Tages in seiner Wohnung wieder traf, konnte ich seinem Verhalten entnehmen, das sich alles günstig anließ, doch nichtsdestoweniger erwartete uns eine höchst unliebsame Überraschung, in Gestalt des folgenden Telegramms. »Bitte sofort kommen, nächtlicher Einbruch im Haus meiner Mandantin. Polizei eingeschaltet. Sudrow.« Holmes stieß einen Pfiff aus. »Das Drama hat einen Wendepunkt erreicht, und zwar schneller, als ich erwartet hatte. Hinter diesem Unternehmen steckt eine gewaltige treibende Kraft, Watson, was mich nach allem, was ich bereits in Erfahrung gebracht habe, freilich nicht weiter überrascht. Dieser Sudrow ist doch Ihr Rechtsanwalt. Ich habe einen Fehler gemacht, fürchte ich. Ich hätte Sie bitten sollen, die Nachtmache zu übernehmen. Dieser Bursche hat sich offenbar als schwankendes Rohr erwiesen. Uns bleibt nichts anderes übrig, als noch einmal nach Harrowheel zu fahren. Verglichen mit dem ordentlichen Haushalt des Vortages präsentierten sich uns die drei Giebel nun in einem völlig veränderten Zustand. Am Gartentor hatte sich eine kleine Gruppe von Müßiggängern versammelt, die weil einige Polizisten noch die Fenster und die Geranienbeete untersuchten. Drinnen begegneten wir einem grauhaarigen alten Gentleman, der sich als Rechtsanwalt vorstellte, sowie einem geschäftigen Inspektor von rosigem Aussehen, der Holmes wie einen alten Freund begrüßte. »Ja, Mr. Holmes, nichts zu holen für Sie in diesem Fall, fürchte ich. Bloß ein gewöhnlicher alltäglicher Einbruch und für die arme alte Polizei noch ohne weiteres zu überblicken. Spezialisten sind nicht erforderlich.« »Ich bin sicher, der Fall ist in sehr guten Händen«, sagte Holmes. »Nur ein gewöhnlicher Einbruch«, sagen Sie. »Ganz recht. Wir wissen ziemlich gut, wer die Männer sind und wo wir sie finden können. Es handelt sich um diese Bande von Barney Stockdale mit dem großen Schwarzen. Sie sind unlängst hier in der Nähe gesehen worden.« »Ausgezeichnet. Was haben Sie denn mitgehen lassen?« »Na ja, große Beute haben Sie anscheinend keine gemacht. Mrs. Mabberley wurde mit Chloroform betäubt und das Haus wurde... Ach, da ist ja die Lady selbst.« Unsere Freundin von gestern hatte auf ein kleines Dienstmädchen gestützt das Zimmer betreten. Sie wirkte sehr blass und elend. »Sie haben mir einen guten Rat gegeben, Mr. Holmes«, sagte sie traurig lächeln. »Ach, und ich habe mich nicht daran gehalten. Ich wollte Mr. Sutro keine Unannehmlichkeiten bereiten, daher war ich ohne Schutz.« »Ich habe erst heute Morgen davon erfahren,« erklärte der Anwalt. »Mr. Holmes riet mir, einen Freund ins Haus zu holen. Ich habe seine Empfehlung in den Wind geschlagen und dafür bezahlt.« »Sie sehen furchtbar mitgenommen aus,« sagte Holmes. »Sie sind wohl noch gar nicht in der Lage, mir zu berichten, was geschehen ist.« »Das steht alles hier drin,« sagte der Inspektor. Er klopfte auf ein dickes Notizbuch. Dennoch, wenn die Lady nicht allzu erschöpft ist, »es gibt wirklich nur wenig zu berichten. Ich habe keinen Zweifel, dass diese niederträchtige Susan für die Leute einen Zugang vorbereitet hatte. Sie müssen das Haus Zoll für Zoll gekannt haben. Ich weiß gerade noch, dass mir ein chloroformgetränkter Lappen auf den Mund gepresst wurde, aber ich habe keine Ahnung, wie lange ich bewusstlos war. Als ich wieder zur Besinnung kam, stand neben meinem Bett ein Mann, während sich ein anderer mit einem Bündel in der Hand zwischen den Gepäckstücken meines Sohnes aufrichtete. Diese waren teilweise geöffnet und ihr Inhalt lag über den Boden verstreut. Bevor dieser Mann entkommen konnte, sprang ich auf und packte ihn, »Da sind Sie aber ein großes Risiko eingegangen,« sagte der Inspektor. »Ich klapperte mich an ihn, aber er schüttelte mich ab. Dann hat mich der andere wohl niedergeschlagen, denn von da an kann ich mich an nichts mehr erinnern. Das Dienstmädchen Mary hat den Lärm gehört und zugleich aus dem Fenster um Hilfe geschrien. Das rief die Polizei herbei, aber die Schurken waren bereits entwischt.« »Was haben Sie denn gestohlen?« »Ich glaube nicht, dass etwas Wertvolles fehlt. In den Koffern meines Sohnes gab es sicher nichts zu stehlen.« »Haben die Männer keine Spuren hinterlassen?« »Da war ein Blatt Papier, das ich dem Mann, den ich gepackt hielt, vermutlich entrissen habe. Es lag völlig zerknüllt auf dem Fußboden. Die Handschrift darauf ist die meines Sohnes.« »Was bedeutet, dass es für uns nicht sonderlich brauchbar ist?« sagte der Inspektor. »Wenn es nun die des Einbrechers wäre.« »Genau«, sagte Holmes. »Welch eine schlichte, vernünftige Folgerung. Trotzdem würde ich es ganz gern einmal sehen.« Der Inspektor zog ein großes, gefaltetes Blatt aus seinem Notizbuch. »Ich lasse nie etwas unbeachtet, ganz gleich, wie nebensächlich es ist«, sagte er etwas prahlerisch. »Das ist auch mein Rat an Sie, Mr. Holmes. In 25 Jahren Berufserfahrung habe ich meine Lektion gelernt. Es besteht immer die Aussicht auf Fingerabdrücke oder so etwas.« Holmes inspizierte das Blatt. »Was halten Sie davon, Inspektor?« »Scheint der Schluss von irgendeinem kuriosen Roman zu sein, soweit ich es verstehe.« »Wahrscheinlich erweist es sich tatsächlich als der Schluss einer kuriosen Geschichte«, sagte Holmes. »Sie haben die Zahl auf dem oberen Rand der Seite wohl schon bemerkt. Sie lautet 245.« »Wo sind die restlichen 244 Seiten?« »Tja, vermutlich haben die Einbrecher Sie mitgenommen. Wohl bekommt sie Ihnen.« »Es scheint doch kurios, in ein Haus einzubrechen. Um solche Papiere zu stehlen, gibt Ihnen das irgendein Hinweis, Inspektor?« »Ja, Sir, es weist darauf hin, dass sich die Gauner in ihrer Hast das erste Beste gegrapscht haben, was ihnen in die Hände fiel. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit Ihrer Beute.« »Aber warum sollten Sie dann an die Sachen meines Sohnes gehen?« fragte Mrs. Mabberley. »Tja, unten haben Sie nichts Wertvolles gefunden, da haben Sie Ihr Glück eben umversucht. So jedenfalls lese ich es. Was schließen Sie denn draus, Mr. Holmes?« »Ich muss darüber nachdenken, Inspektor. Kommen Sie doch mal ans Fenster, Watson.« Dann las er neben mir stehend das Fragment durch. Es setzte mitten im Satz ein und lautete wie folgt. Gesicht blutete heftig von den Schnitten und Schlägen, aber das war nichts im Vergleich zu seinem blutenden Herzen, da er jenes liebliche Antlitz sah, jenes Antlitz, für welches er sogar sein Leben zu opfern bereit gewesen und das nun auf seine Qual und Erniedrigung herabblickte. Sie lächelte, ja, beim Himmel, sie lächelte, herzlose Teufelin, der sie glich, als er zu ihr aufschaute. In diesem Augenblick geschah es, dass Liebe starb und Hass geboren war. »Ein Mann muss für irgendetwas leben, wenn schon nicht für deine Umarmung, meine Lady, dann aber gewiß für deine Vernichtung und meine vollständige Rache.« »Koriose Grammatik«, sagte Holmes lächelnd, als er das Blatt dem Inspektor zurückgab. »Haben Sie bemerkt, wie aus dem er plötzlich mein wird?« Der Schreiber hat sich von seiner eigenen Geschichte derartig fortreißen lassen, dass er sich im entscheidenden Moment mit dem Helden identifizierte. »Das schien ganz übles Zeug zu sein«, sagte der Inspektor, als er das Blatt in sein Buch zurücklegte. »Was? Wollen Sie etwas schon wieder fort, Mr. Holmes?« »Ich glaube nicht, dass es für mich noch irgendetwas zu tun gibt, nun, da sich der Fall in so tüchtigen Händen befindet. Nebenbei bemerkt, Mrs. Mabberley, haben Sie nicht den Wunsch, geäußert zu reisen.« »Das war schon immer mein Traum, Mr. Holmes.« »Wohin würden Sie denn gerne fahren, Cairo? Madeira an die Riviera?« »Oh, wenn ich das Geld hätte, würde ich eine Weltreise machen.« »Sehr schön, eine Weltreise. Nun denn, guten Morgen. Ich schicke Ihnen heute Abend vielleicht noch ein paar Zeilen.« Als wir am Fenster vorbeikamen, sah ich kurz, wie der Inspektor lächelte und den Kopf schüttelte. »Diese neunmal klugen Kerle haben doch immer einen leichten Stich«, las ich im Lächeln des Inspektors. »So, Watson, wir sind bei der letzten Etappe unserer kleinen Reise angelangt«, sagte Holmes, als wir wieder ins Getöse der Londoner City zurückgekehrt waren. »Ich glaube, wir klären die Sache sofort auf. Es wäre gut, wenn Sie mich begleiteten. Wenn man es mit einer Lady wie Isadora Klein zu tun hat, fühlt man sich sicherer im Beisein eines Zeugen.« Wir hatten uns einen Wagen genommen und fuhren nun rasch zu irgendeiner Adresse am Grosvenor Square. Holmes saß in Gedanken versunken da, doch plötzlich raffte er sich auf. »Übrigens, Watson, ich nehme doch an, Sie durchschauen die ganze Sache.« »Nein, das kann ich nicht gerade behaupten. Ich vermute nur, dass wir im Begriff sind, die Lady aufzusuchen, die hinter all diesen Übeltaten steckt.« »Genau. Aber sagt Ihnen denn der Name Isadora Klein wirklich nichts? Sie war doch einmal die gefeierte Schönheit. Nee, hat es eine Frau gegeben, die ihr gleich kam. Sie ist eine reinrassige Spanierin, von echtem Blut der gebieterischen Konquistadoren, und ihre Familie ist seit Generationen tonangebend in Pernambuco. Sie hat den bejahten deutschen Zuckerkönig klein geheiratet und präsentierte sich bald darauf als die reichste und schönste Witwe der Welt. Dann folgte ein Lebensabschnitt voller Abenteuer, wo sie sich nur noch ihren Genüssen hingab. Sie hatte mehrere Liebhaber und Douglas Mabbley, einer der ansehnlichsten Männer Londons, zählte dazu. Nach allem, was man so hört, war die Sache für ihn mehr als ein Abenteuer. Er war nämlich keiner von diesen Paradiesvögeln aus den Salons, sondern ein energischer, stolzer Mann, der alles gab und dafür alles verlangte. Sie hingegen ist die Belle Dame Sommercie, wie sie im Buche steht. Sobald sie ihrer Caprice Genüge getan hat, ist der Fall für sie erledigt, und wenn der andere Beteiligte ihre Entscheidung nicht akzeptieren will, weiß sie ihm durchaus beizubringen. Dann war das also seine eigene Geschichte? Ah, schon fügt sich alles zusammen. Ich habe gehört, dass sie, just im Begriff ist, den Herzog von Lomond zur Ehrlichen, der fast ihr Sohn sein könnte. Seiner Gnaden Mama mag den Altersunterschied vielleicht noch übersehen, doch ein großer Skandal wäre schon etwas anderes. Folglich ist es unumgänglich. Da wären wir. Wir standen vor einem der schönsten Eckhäuser der Westend. Ein automatenhafter Lakai nahm unsere Karten entgegen und kehrte zurück mit der Auskunft, die Lady sei nicht zu Hause. Dann warten wir ihm, bis sie wieder da ist, sagte Holmes fröhlich. Der Automat setzte aus. Nicht zu Hause heißt, nicht zu Hause für Sie, sagte der Lakai. Schön, gab Holmes zurück. Das heißt also, dass wir nicht warten müssen. Überbringen Sie Ihrer Herren doch bitte dieses Billett. Er kritzelte drei oder vier Wörter auf ein Blatt seines Notizbuches, faltete es und reichte es dem Mann. Was steht denn auf dem Zettel, Holmes? fragte ich. Ich habe lediglich geschrieben. Dann also lieber die Polizei. Ich denke, das sollte uns die Türen öffnen. Das tat es. Und zwar erstaunlich schnell. Eine Minute später befanden wir uns schon in einem Salon wie aus Tausend und einer Nacht. Riesengroß und wunderschön. Er lag im Halbdunkel. Nur vereinzelt spendeten elektrische Lampen ein rosa Licht. Die Lady hatte anscheinend jenes Alter erreicht, da selbst die stolzeste Schönheit das Halblicht bevorzugt. Als wir eintraten, erhob sie sich von einem Sofa, hochgewachsen königlich, mit einer perfekten Figur, einem wunderschönen, maskenhaften Gesicht und zwei hinreißenden spanischen Augen, die uns beide mit einem vernichtenden Blick bedachten. »Was hat diese Zudringlichkeit zu bedeuten? Und was soll diese unverschämte Mitteilung?« fragte sie, den Zettel in die Höhe haltend. »Das brauche ich Ihnen doch nicht zu erklären, Madame. Dazu hege ich zu großem Respekt vor Ihrer Intelligenz, obschon ich einschränkend erwähnen muß, dass dieser Intelligenz unlängst ein erstaunlicher Irrtum unterlief. »Hinwiefern, Sir!« »Insofern, als Sie der Annahme waren, Ihre gedungenen Schläger könnten mich davon abschrecken, meiner Arbeit nachzugehen. Gewiß würde kein Mensch einen Beruf wie den meinen ergreifen, wenn ihn nicht gerade die Gefahr anzöge. Somit haben Sie selbst mich dazu genötigt, den Fall des jungen Memmerly zu untersuchen. Ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Was habe ich mit den gedungenen Schlägern zu schaffen?« Holmes wandte sich müde ab. »In der Tat. Ich habe Ihre Intelligenz wohl doch unterschätzt. Nun denn. Guten Tag.« »Wir wollen Sie denn hin?« »Zu Scotland Yard.« Wir hatten noch nicht halbwegs die Tür erreicht, als sie uns einholte und Holmes am Arm festhielt. Im Nu hatte Stahl sich in Samt verwandelt. »Bitte, nehmen Sie doch Platz, Gentleman. Lassen Sie uns die Angelegenheit besprechen. Ich spüre, dass ich zu Ihnen offen sein kann, Mr. Holmes. Sie besitzen das Taktgefühl eines Gentleman. Wie rasch weiblicher Instinkt doch so etwas bemerkt. Ich möchte Sie als Freund betrachten.« »Ich kann Ihnen nicht versprechen, Ihre Gefühle zu erwidern, Madame. Ich bin nicht das Gesetz. Doch ich vertrete die Gerechtigkeit, soweit es in meinen schwachen Kräften steht. Ich bin bereit, Ihnen zuzuhören. Danach werde ich Ihnen sagen, was ich zu tun gedenke.« »Ohne Zweifel war es töricht von mir, einen so unerschrockenen Mann wie Sie zu bedrohen.« »Was wirklich töricht, war Madame. Erste der Umstand, dass Sie sich der Willkür einer Bande von Schurken ausgeliefert haben, die Sie erpressen oder bloßstellen können.« »Nein, nein, so einfältig bin ich denn doch nicht. Da ich versprochen habe, offen zu sein, darf ich Ihnen verraten, dass niemand außer Barney Stockdale und seiner Frau Susan auch nur die geringste Ahnung hat, wer der Auftraggeber ist. Und was diese beiden betrifft, nun, es ist nicht das Erste...« Sie lächelte und neigte in bezaubernd-koketter Vertraulichkeit ihren Kopf. »Ich verstehe, Sie haben sie früher schon einmal auf die Probe gestellt.« »Es sind tüchtige Hunde, die leise jagen.« »Solche Hunde haben die Angewohnheit, die Hand, die sie füttert, früher oder später zu beißen. Man wird sie wegen dieses Einbruchs festnehmen, die Polizei ist bereits hinter Ihnen her.« »Was Ihnen zustößt, nehmen Sie in Kauf. Dafür werden Sie schließlich bezahlt. Ich trete bei der Sache gar nicht in Erscheinung.« »Es sei denn, ich ziehe Sie hinein.« »Nein, nein, das würden Sie nicht tun. Sie sind ein Gentleman, und hier handelt es sich um das Geheimnis einer Frau.« »Vor allen Dingen müssen Sie dieses Manuskript zurückgeben.« Sie brach in leises Lachen aus und ging zum Kamin. Dort lag ein ausgeglühter Klumpen, den sie mit dem Schürhaken aufstocherte. »Soll ich vielleicht das hier zurückgeben?« fragte sie. Wie sie vor uns stand mit ihrem herausfordernden Lächeln, sah sie so spitzbübisch und reizend aus, dass ich das Gefühl hatte, von allen Verbrecherinnen, mit denen Holmes je zu tun hatte, war sie diejenige, bei der es ihm am schwersten fallen würde, sich durchzusetzen. Gegen Gefühlsregungen war er allerdings immun. »Nun, das besiegelt Ihr Schicksal,« sagte er kalt. »Sie handeln sehr rasch, Madame, aber diesmal haben Sie den Bogen überspannt.« Sie warf den Schürhaken scheppernd zu Boden. »Wie hartherzig Sie sind,« rief sie. »Soll ich Ihnen die ganze Geschichte erzählen?« »Ich bilde mir ein, Sie selbst erzählen zu können.« »Aber Sie müssen Sie mit meinen Augen sehen, Mr. Holmes. Sie müssen Sie vom Standpunkt einer Frau betrachten, die bemerkt, dass all Ihren Lebenszielen im letzten Augenblick die Vernichtung droht. Kann man es einer solchen Frau verdenken, wenn sie sich schützt?« »Die eigentliche Sünderin sind doch wohl Sie.« »Ja, ja, ich gebe es ja zu. Douglas war ein lieber Junge, aber es ergab sich eben so, dass er nicht in meine Pläne passte. Er bestand auf Heirat, Heirat, Mr. Holmes, mit einem mittellosen Bürgerlichen. Mit weniger wollte er sich nicht zufrieden geben.« »Dann wurde er aufdringlich. Weil ich mich einmal hingegeben hatte, schien er zu glauben, ich müsse mich immer hingeben, und zwar ihm allein. Es war unerträglich. Zuletzt konnte ich nicht umhin, es ihm klarzumachen.« Mit Hilfe gedungener Schurken, die ihn unter ihrem eigenen Fenster zusammenschlugen. »Sie scheinen ja tatsächlich alles zu wissen. Ja, es ist wahr, Barney und die Jungs haben ihn davongejagt und waren, ich gebe es zu, dabei ein bisschen grob. Aber was hat er denn getan? Wie hätte ich annehmen können, dass ein Gentleman so etwas fertigbringt? Er schrieb ein Buch, in dem er seine eigene Geschichte schilderte. Natürlich war ich der Wolf und er das Lamm. Es stand alles darin unter veränderten Namen freilich. Doch wer in ganz London hätte die echte nicht wiedererkannt? Was sagen Sie dazu, Mr. Holmes?« »Nun, es war sein gutes Recht.« »Es war, als sei ihm die Luft Italiens zu Kopf gestiegen und mit ihr die alte italienische Grausamkeit. Er hat mir geschrieben und eine Abschrift seines Buches geschickt, um mich auf die Folter zu spannen. Es existierten zwei Abschriften, teilte er mit, eine für mich, eine für seine Verleger.« »Woher wussten Sie denn, dass der Verleger seine noch nicht erhalten hatte?« »Mir war bekannt, wer seine Verleger waren. Es ist nämlich nicht sein erstes Buch, müssen Sie wissen. Ich fand heraus, dass der Verleger noch keine Nachricht aus Italien bekommen hatte.« Dann starb Douglas plötzlich. Solange dieses andere Manuskript noch existierte, gab es für mich keine Sicherheit. Es musste sich natürlich unter seiner persönlichen Habe befinden, und die würde man an seine Mutter zurücksenden. Ich schaltete die Bande ein. Einer von ihnen verschaffte sich als Dienstworte Zutritt zum Haus. Ich wollte die Sache auf ehrlichste Weise hinter mich bringen. Ich habe es wirklich und aufrichtig versucht. Ich war bereit, das Haus mit allem, was darin war, zu kaufen. Ich akzeptierte jeden Preis, ganz gleich, was die Mutter verlangte. Erst als alles fehlgeschlagen war, versuchte ich es auf andere Weise. Ich bitte Sie, Mr. Holmes, ich gebe ja zu, dass ich mit Douglas zu hart umgesprungen bin, und es tut mir, weiß Gott, auch leid. Aber was hätte ich denn tun sollen, wo doch meine ganze Zukunft auf dem Spiel stand?« Holmes zuckte mit den Achseln. »Nun ja«, sagte er, »ich glaube, ich werde mal wieder wegen erhaltener Entschädigung auf eine Anzeige verzichten. Was kostet eigentlich eine Weltreise erster Klasse?« Die Lady machte große Augen. »Würden 5000 Pfund ausreichen?« »Ich glaube schon, allerdings.« »Sehr schön. Ich denke, Sie unterzeichnen mir jetzt einen Scheck über diese Summe, und ich sorge dafür, dass Mrs. Mabberley ihn erhält. Sie sind ihr nämlich eine kleine Luftveränderung schuldig. In der Zwischenzeit, Lady«, erhob warnend den Zeigefinger, »sehen Sie sich vor, sehen Sie sich vor. Auf die Dauer können Sie nicht mit dem Feuer spielen, ohne sich diese zarten Hände zu verbrennen.« Untertitelung des ZDF, 2020